So, hiermit geht es dann noch weiter. Hallo erstmal. Schauen wir mal, was uns erwartet. Die kommen bestimmt noch. Wo sind sie doch? Ja, aber das ist falsch. Oh, oh. Oh, toll. Oh, Zoobie. Was will er? Okay. Du bist sicherer mit uns. Wir müssen gehen. Wir müssen ihn finden. Wir müssen ihn finden. Wir müssen ihn raus finden. Wir müssen ihn raus finden, Nick. Clementine. Du kennst, wo er war, oder? Ja. Alright. Everybody grab your stuff. Let's hit the road. Er ist tot. Okay. Du bist schwanger. Ich bin einfach so schwer. Du bist schwanger. Ja, du bist schwanger. Ja, du bist schwanger. Du bist schwanger. Du bist und Alvin. Du kannst du wahrscheinlich verbinden. Du kannst dich mit dir hinzufügen. Es ist okay. Du bist Alvin. Dann bin ich wirklich schon. Ich kann es anfangen. Ich bin nicht ein kleiner Juni. Ich fühle mich auch schon wieder. Ich fühle mich als deiniger Jahre alt. Du bist immer dein Vater, mein Vater mir immer schnitt. Und ich habe immer gedacht. Und ich hab immer gedacht, er nicht ein verdammteses Problem. Okay. Klar, du bist schwanger, ne? Hey, wo will sie hin? Hat er so keinen Bock mehr auf das Gespräch, oder was? Obwohl, kann ich ja eigentlich gut verstehen. Er ist nicht mehr drin. Siehst du, er hat ihn ja doch lieb gehabt. Er rinnt jetzt bestimmt als... Scheiße, da ist er. Er ist nicht mehr drin. Er ist nicht mehr drin. Er ist nicht mehr drin. Na ja, komm. Er hätte eh nicht überlebt. Er wurde ja gebissen. Deshalb wäre er entweder ein Walker geworden. Aber warum nennen sie sie jetzt Streuner? Sag mir. Sag mir, wie es passiert. Das letzte, was er gesagt hat, war, dass er dir zu dir sagen wollte. Oh, Mann. Und ich kann nicht sagen, dass es besser werden wird. Ja, das stimmt. Aber wenn ich halt mit einer Gruppe bin... Aber ich glaube, ihm können wir trauen. Ihm können wir vertrauen. Er ist halt irgendwie von Anfang an. Die anderen sind alle so ein bisschen skeptisch uns gegenüber gewesen. Deshalb bin ich da wohl auch irgendwie so ein bisschen... Fünf Tage später. Oh, eine Brücke. Die sind bestimmt alle fix und fertig, wenn man fünf Tage durchläuft. Aber die haben bestimmt auch Pausen gemacht. Sind nicht fünf Tage durchgelaufen. Ich gucke doch. Da ist ein Haus. Da ist ein Haus. Da ist ein Haus. Das ist gut. Oh, das ist eine Hütte. Ich glaube, wir mit der Brücke können wir rüber. Ich glaube, das ist ein Haus. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, wir sind jetzt wieder. Ja, finde ich, diese Füße ist er. Ja, du kannst uns Deckung geben, aus weiter Entfernung, bitte. Wir können jetzt keinen gebrauchen, der emotional am Ende ist. Naja, ich bin mir nicht sicher, ne? Es ist ja halt... ...säfetig? ...Klose. Was ist das, was ein Typ, ein Mann würde gehen, hundertst of miles, um zurückzukommen? ...Familie. Es ist eine schwierige Welt, ohne Menschen, die du glaubst. Du kannst dich fragen, Rebecca, okay? Ich werde nicht in die Mitte. Wir haben alle Fehler gemacht. Wir haben Dinge, die wir regretten. Ja... Wir haben schon eine Menge durchgelebt. Wir haben schon Leute gekannt. Hm. Ich weiß, was das ist. Ja. Wir haben schon eine Menge durchgelebt. Was denkst du? Was denkst du? Ich denke, wir können sie nehmen. Okay. Du nimmst hier den stehenden. Ich nehme den großen. Du kommst kurz. Ja. Ich wünsche, dass wir Schäden nutzen können. Wir sollten okay sein. Ich denke. Ich habe es. Ich nehme den kleinen. Gut. Lass uns das. Ist vielleicht auch wesentlich besser, wenn ich den kleinen nehme. Die Knoten. Das ist wirklich. Ich bin der oder? Wir müssen das einfach mal. Das ist ja basic. Aber ich würde die Knoten. Ich weiß, aber ich hab das vorher schon gemacht. Gäste. Die Bäume. Und die Frau? Ja, wir haben es geschafft. Ich glaube, ich hätte nicht gewusst, was gemacht. Vor allem, ich wäre gar nicht in den Kopf gekommen. Das ist ja lieber so als andersrum. Das sieht doch gut aus. Das könnten wir schaffen. Oh, der kann ja stehen. Okay, das war jetzt, ist jetzt ein bisschen... Ja, klar. Oh, shit. Ah, klar. Ich habe ihm den Kiefer ausgerenkt. Jippie. Hey. Was habe ich gemacht? Ich habe doch alles richtig gemacht. Hey, 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 hey. Himmelig. Ich habe doch alles richtig gemacht, oder nicht? Und jetzt Q und E. Ach, ich musste was drücken. Ach, bin ich blöd. Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich echt nicht gesehen, dass ich was machen musste. Ist aber blöd. Oh, oh. Ja, los. Oh, Clem. Na, lecker. So, und jetzt müssen wir Dings helfen. Bist du noch da? Oh, du bist noch da. Gut. Los, 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 los. Come on. Gut, er hat's geschafft. Zum Glück, ey. Ja, bitteschön. Dafür bin ich doch da. Mal schauen, was uns erwartet, ne? Oh, da ist einer. Hallo, wer bist du? Ja, klar. Yippie. Ich bin Clementine. Clementine and this is Luke. Clementine and Luke. Ja. So heißen wir. Und nu? Schweigen wir uns jetzt an? Ah, er kommt näher. Ja. Wir sind auf den Tag. Und dann können wir uns rein. Wir sind nur Leute. Wir sind nur Leute. Wir sind nur Leute. Wir sind genug. Wie alle anderen? Jeder Ich sehe mich, dass mit einen Gruppen umhörteren geht. Aber wir wollen alle genauer sehen. Was sie Christa? Du bist jemandem namen Christa? Christa? Vielleicht. Wirklich? Nein, ich meine ich schon. Okay. Oh cool. Oh oh. Oh nein. Halt auf. Bitte nicht. Oh man. Ah, toll. Super, Nick. Warum hast du geschossen? Na super. Er wurde erschossen. Was jetzt? Oh ja. 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 Toll. 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 Geheuer. Das macht keinen Spaß. Oh ja. 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 Ich habe am letzten Mal gesagt, dass wir jemanden sehen, wo wir eigentlich denken, er ist tot. rot. Vielleicht sehen wir Krista oder die Blonde. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Könnte auch noch sein, der Chinese. Vielleicht sehen wir den. Ja. Mal schauen, wie wir beim nächsten Mal sehen. Ich sage dann hiermit schön mit Öl. Und bis zum nächsten Mal.